Am letzten Mal hatte ich mir ja vorgenommen, ein paar weitere Fenster auszuschneiden. Ich nehme jetzt mal diese frisch gestrichenen Laranen und lege die einfach auf. Und zumindest diese Anreißungen hier stimmen erst einmal, das heißt, die kann ich jetzt einmal weiter anritzen. Ich muss dabei nur auffassen, dass ich sie nicht durchziehe. Die Materialstärke ist ja nur ein Millimeter. Die Materialstärke ist ja nur ein Millimeter. So, jetzt kann ich im Querbereich hier einiges ablesen. Und zwar sind das 3 Millimeter. Und das oben und unten. Und das oben. 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 Hmm. Und dann muss ich von der oberen Kante aus bei 2,6 und 2,9 sitzen. 2,6 und 2,9. Dadurch, dass ich hier eine wirklich große Distanz zwischen die Messpunkte bringe, kriege ich das Ganze so exakt wie nur möglich. Da habe ich Mist gebaut. Denn ein Millimeterfehler an jedem der Messpunkte schlägt sich in einem geringeren Winkel in den zu zeichnenden Linien nieder. Wenn diese weiter voneinander entfernt sind, die Messpunkte. So, jetzt fehlen noch die Senkrechten. Und da scheint das ein Fehler zu geben. Ich habe insgesamt 2,7 Abstand. Und die Hälfte sind 1,25 und 1,45. 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 So, das sind jetzt 1,2 und knapp 1,2 und genau so setze ich das jetzt hier auch an, 1,2 und von da aus knapp 1,2. So weit, so gut. Jetzt kann ich das hier ausschneiden. Zunächst mal die Innenfächer. So. 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 So kommt jetzt noch die andere Seite. Das ist die Aktion, muss ich verteilen.